Herzlich willkommen bei Hochstrasser Café. Das traditionsreiche Luzerner Familienunternehmen wurde 1852 am legendären Basler Tor in Luzern gegründet. Der Firmensitz ist seit 1972 in Litau. Seit über 150 Jahren steht unser Name für beste Qualität. Im Rohkaffeelager kontrollieren wir jede Lieferung bei der Ankunft. Die Kaffeesorten Robusta und Arabica kommen aus 16 verschiedenen Ländern. Die größen Produzenten sind Brasilien und Kolumbien. Der Rohkaffee wird von den Rohkaffee-Silos in die Rösttrommel gefüllt. Fremdkörper werden ausgesiebt. In der grossen Röstanlage werden die Bohnen 10 bis 18 Minuten bis zu 200 Grad geröstet. Erst in der letzten Minute bekommt der Kaffee seine typische braune Farbe und setzt Öle und Aromen frei. 1500 Kilogramm kann die Anlage pro Stunde rösten. Nach Abkühlung kommt der Röstkaffee in Abfühlsilos zur Verpackung. Unsere Mischungen wie zum Beispiel Dolce Vita, Pepe oder Ticino werden in Bohnen oder Gemahlen abgepackt. Die Bohnenpakete erhalten ein Aromaschutzventil. Gemahlener Kaffee wird luftdicht verpackt. In der Spedition werden die Hochstrasser Kaffeespezialitäten für unsere Kundschaft bereitgestellt. Neben den feinen Röstkaffee-Mischungen führen wir unter anderem rezepteigenen Hochstrasser Punsch, Trinkschokolade, eine Teelinie mit passendem Geschirr und Porzellan im Sortiment. Wir beliefern Gastronomie, Detailhandel, Firmen und Privatpersonen und produzieren für private Labels. Kontaktieren Sie uns und Sie werden von unseren Regionalleitern kompetent und fachgerecht beraten. Unser firmeneigenes Ladeli ist von Montag bis Freitag geöffnet. Schauen Sie einfach vorbei.